Freiheit, Würde, Solidarität. Das war das Motto unseres Parteitages in Erfurt. Wir haben mit großer Mehrheit, mit 97 Prozent der Delegiertenstimmen ein Programm beschlossen. Wir haben etwas Unglaubliches beschlossen. Wir wollen diese Gesellschaft grundsätzlich verändern. Wir wollen, dass diese Gesellschaft gerechter, solidarischer wird. Unser Programm ist modern, es weist in die Zukunft und es will die Menschen ermutigen, daran zu glauben und mitzutun, diese Gesellschaft zu verändern. Ein wichtiger Bestandteil unseres Programms ist, dass wir überall die Demokratie verteidigen, dass wir eine antifaschistische Partei sind und dass wir entschlossen Antisemitismus in dieser Gesellschaft entgegentreten. Freiheit, Würde, Solidarität. Das wollen wir gemeinsam in diesem Land, in dieser Gesellschaft, in Europa und in der Welt umsetzen.